Am vergangenen Sonntag endete der musikalische Sommer auf dem Schiffenberg. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Das Wetter meinte es gut mit dem Abschlusskonzert des 37. musikalischen Sommers am Sonntag auf dem Schiffenberg. Für ausgelassene Stimmung unter den zahlreichen Gästen sorgte die Wieseker Blasmusik unter der Leitung von Walter Seibert. Bereits kurz nach Konzertbeginn war kein Sitzplatz mehr frei. Es konnte mitgesungen, mitgeschunkelt und mitgetanzt werden. Für Lieder wie Alte Freunde oder Das Sternchen wurden die Musiker immer wieder mit viel Applaus belohnt. Das Ensemble, das bereits seit über 30 Jahren auftritt, verbreitet mit schmissig kraftvollen sowie etwas ruhigen Tönen gute Launeatmosphäre. Insgesamt ein rundum gelungener Nachmittag auf dem Gießener Hausberg und ein perfekter Abschluss des musikalischen Sommers, der mit seinem abwechslungsreichen Programm und zahlreichen Konzerten auch dieses Jahr wieder tausende von Besuchern anlockte. Und gerade die Kulisse unter den alten Bäumen im romantischen Innenhof des Klosters Schiffenberg verleiht den Veranstaltungen eine ganz besonders schöne Atmosphäre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017